moin was geht ab ihr lümmels herzlich willkommen zur vielleicht schon allerletzten folge von call of duty modern warfare 2019 kampagne auf dem höchsten schwierigkeitsgrad letzte folge waren wir ja richtig ninja mäßig unterwegs und haben da mal ordentlich geklärt haben hadir befreit in anführungsstrichen und jetzt geht es vielleicht sogar schon auf in die finale mission in der wir den wahren bösewichten das handwerk legen ich glaube so kann man die folge erstmal einleiten und mal schauen ob es wirklich die letzte folge wird ich habe die kontrolle drei eins schiebt clever die rechthrohens offen gegraubt vier sieben hier echo drei eins feuer frei echo jaguar ist bereit für hat sich jetzt gerade perfekt einfach angeboten hä wo denn man ja genau jetzt Sieht aus. Die Kampfs nach oben! Herles, Lufthand wird anvollziehen! Jolla, Karte! Lauf jetzt auf! Jolla, Karte! Mehr als drei Schein der Autobahn! Jolla, Karte! Waffen frei! Scheiße! Unser MTV ist zerstört! Jaguar, Nachladen für erneuten Angriff. Bereithalten! Helikopter kommt! Ups! Och, lol! Ich fand da gerade ernsthaft ein Zitat von Bruce Lee, Mann! Wo wurde ich denn jetzt direkt schon wieder gehittet, Alter? Ey, es ist doch ein Witz! Sprech! Hör uns! Manche dich! Für Ursitland! Drei, weiß. Sofortluftunterschlüftung an den Vorrang! Weiter! Auf dem Hügel! Und werden die Wesen zerstört! bleib stehen kann ich ja von hier oben ein bisschen trouble machen ich glaube nicht funktioniert leider nicht es ist ein witz und da hinten schießt doch irgendein das ist doch wieder eine granate nice Ey, das kann nicht sein, man. Ey, Alter, es ist so ein schlechter Scherz. Meine Fresse, ey. Hey, Leute. Das ist der schlechteste Witz, den es jemals gegeben hat, man. Ich schlag gleich irgendwas kaputt hier, ey. Ohne Witz, ey. Das ist... Ey, Leute, ich kann nichts machen, man, Alter. Ich werde instant getroffen. Hm. Waffen frei. Fähig zu kürz. Jaguar, Nachsagen, bereithalten. Anstrengung. Ich brauche Deko. Ich brauche Deko. Wer soll mich denn hier treffen, Mann? Wer wird zerstört? Wer wird zerstört? Wer wird nicht? Daneben, Spielanpassung. Der Cubab nachladen für den neuen Angriff verheithalten. Wer will, wer will, wir. Sie können nicht mal, Alter, ihr macht die Scheiss jetzt allein, ich mach'n Scheiss jetzt, ey. sie hat mal zu wo ihr die unterstützung herkriegt ich mache einen scheiß er wollte nicht zu dem ich mich alle anzuglöpfen könnt ihr ja selber rufen kauf dir welche ich verstehe das nicht man hört doch mal auf mir wie so kleine missgeburten alter renn sie einem nach nein halt deine fresse jetzt man dieses dreckige scheiß spiel alter nicht mal alle so krass am arsch schlägt mir ich glaube der ist wieder dann ist mir kac egal man ja ja 2 er ist bereit wo ich stehe hier hier stehe ich mann da ist nichts könnt ihr euch mal um die fotzen kümmern die von der seite kommen und ECHO 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 BELIEK Das ist so ein dreckiger Witz einfach nur. Das ist so ein dreckiger Witz. Ich weiß nicht von wo die kommen. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist so ein dreckiger Witz. Die kommen von der rechten Seite mit 80.000 Menschen gewöhnt. Und keiner unternimmt was. Komm alter, kill mich einfach nicht. Schlechter Witz dieses Spiel. Das ist so ein dreckiger Witz. 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 Das ist so dreckiger Witz. Das ist so dreckiger Witz. Das ist so dreckiger Witz. Gibt's doch echt nicht, man. Jetzt muss ich wieder von der Scheiße anfangen. Daneben, Seelanpassung. 3-1, Jaguar dreh zum Nachladen ab. Zerein halten. Ich bestätige das. So, Entenkung! Ich bin der Mann! Ja, wir sind der Mann! 3-1, Jaguar zurück zum Einsatzgebiet. Ja, wir sind der Mann! Ja, wir sind der Mann! Ja, wir sind der Mann! Feuer frei! Sensor, 2-2, auf! Ja! Wir sind der Mann! Ja, voll! Graffer! Echo, Jaguars Waffenstaben nach. Bereit halten. Rauche, Deco! So machen wir das jetzt die ganze Zeit. Wow! Warum? Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Echo, Jaguar ist bereit für Befehle. Bei der Betonbarriere, linke Seite! Bei diesen Feldern! Soldaten! Entdeckung! Zwei ausgeschaltet. Mehr als drei Feinde ausgeschaltet. Ja, ich... Ja... Gut, ich versuche sie zu. Da, drei ein, Jackuars zurück im Einsatzgebiet. Sehr gut! Sie versuchelt. K체 Pvd! Sensor,900! Ja! Gefeuert. Wir haben Feuerweh. Waffen frei. Setter, ein Feind ausgeschlagen. Viele in der Nähe des Bunkers. Feuer frei. Denkungen, die Namen darf ich für den neuen Angriffen verheithalten. So, wir fliegen euch her. Auf der Straße. Achtung! Ich weiß auch nicht, ich kann es. Deco, Jaguar ist bereit für Befehle. Deco! Pakete abgefeuert. Zwei ausgeschaltet. In Deco. Sie haben zwei erwischt. 3-1, Jaguar dreht den Nachraum. 3-1, ich bin in der Nähe. So, in Deco! Der will er! 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 Deco, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Pst! wegen dieser hässlichen lex alter von wo denn wir näher uns mal so langsam hier der Mitte zumindest. Es ist General Barkov. Er ist hier. Lassen wir das ein Grab werden. Auf der Fassstation, weg! Oh Mann, Alter. Jetzt geht's ja noch um Close Combat, oder was? Ja, aber immerhin sind wir schon mal eins weitergekommen, ja. Ziele im Süden! Feuer! Ja, merke ich. Hab ich, Alter! Na, nach was sieht denn der Helikopter aus? Nach unserem Ticket hier raus, oder was? 3-1, Jaguar dreht sich nachdaten. 3-1, bereit halten. Mauer! Oh Mann. Oh Mann. Los, besiegt eure Aften! Echo, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Hä? Junge! Wie? Ich hab da langsam auch echt keine Worte mehr für. Und was das für ein dreckiger Witz ist, einfach nur. Ich seh den Gegner noch nicht mal. Und da drückt er mir schon direkt einen Headshot. Äh? Ah, schon wieder. 30 Meter. Echo, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Jetzt, vorrücken. 3-1, sofort Luftunterstützung anfordern. In Deckung. Ja. Treffer, ein Zeit ausgeschaltet. Jackuar. Nachladen für erneut'n einzelne Bereit halten. Vorwärm, los! lauf wir doch nicht in die linse du dreckige misst mann Ich glaube wir haben das Gebäude oder das Gebiet wieder geklärt. Wir können diese Waffen gegen sie einsetzen. Ausfärmen. Achtung. Wow. Das eskalierte schnell, Alter. Achso, man hat wirklich ein bisschen. Das ist ein bisschen. nicht an mir Das war auch dumm, dass man die Dinger nicht ausballern kann. Nein, den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das war auch dumm, dass man die Dinger nicht ausbricht. Ah, hoppala. Hä? Junge, was ist das? Was? Was ist das für ein dummer Scheiß? Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht auf dem Spaß die Gesichter. Was ist das? 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 Boah. Boah, inzwischen ab. Boah. 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 Alter. Oh Mann. Ey, die kommen auch immer aus allen verfickten Ecken und Enden, Alter. Und ich muss jedes Mal vorlaufen und alles alleine machen. Oh Mann. Ich esse mal vor dem. Hey! Oh Mann! Ihr seid ja? Wackeln! Ja! Oh Mann! Könnt ihr ja nicht auch mal irgendwas machen, ey? Immer nur dumm rumreden, ey. Aber keiner macht mal was von den Missgeburten, ey. Ach, ihr könnt ja auch mal kommen, dann lauft mal vor, ihr Wichser. Kilo 141? Was ist denn das? Test nochmal. Dazu gibt es auch keine Deckung. Ach, wie? Was ist das? Was ist das? Ach, ja moin! Was geht denn? Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Ich bringe den Rest zu Preis und Sachsen Gerig. Wir sehen uns später. Ich schloss die Mitverkämpfung, die wir noch brauchen. Ich schloss die Mitverkämpfung. Ich schloss die Mitverkämpfung. Ich schloss die Mitverkämpfung. Ich schloss die Mitverkämpfung. Wir werden sie noch brauchen. Verdammt, wir alleine verlißen! Aufschläge uns, die Mitverkämpfung! Gut. Huh? Ja, bebego! Estetis! I come in there! I did not stop! I did not stop! Registrier, I did not stop! Granate! Bebego! Don't approach the granate! It's just from there, didn't you? Granate, my man! I'm free, go to the wall! Registrier! I got it! Registrier, I... By the way, I cannot see. I can't see. I have to go! I cannot see. I cannot see. I cannot see. Okay, yeah. Poohoho, alter! Panzerman, ey! Komm, du den Heizkessel, geht ihr laut! Ach, nö. Fuck my life, alter. Dieser kranke Bastard. Nein! Alter! Ey, wir sind acht Leute. Warum kriegt es keiner hin? Ach, ey. Kann ich hier einfach gehen? Okay, das war so. Nein. Sprengsitze. Mhm. Ey, Alter. Leute, ich mache an der Stelle kurz nen Break. Und dann sehen wir es bei der nächsten Folge. Ey, ich habe sonst die Befürchtung, dass die Folge irgendwie über eine Stunde gehen wird und dass wir euch nicht antun. Und deswegen bei der nächsten Folge, dann gibt es die Schlacht gegen den fetten Panzermann. Bis dahin. H3. Cheerio. 慣t Tapen Walkle Walkle Walkle